Horoskop für heute, Löwe, 26. September 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Sie sind heute zuversichtlicher und hoffnungsvoller, was die Zukunft angeht, insbesondere in praktischer Hinsicht. Sie könnten Ideen auf praktischer, finanzieller oder geschäftlicher Ebene in Betracht ziehen, die bahnbrechende oder anderweitig wegweisende Ideen darstellen. Versuchen Sie, Ihren Geist für neue Informationen offen zu halten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Auch wenn nicht alle Pläne, die Sie jetzt in Betracht ziehen, zu etwas Konkretem führen werden, könnte einer von Ihnen auf den Punkt kommen. Die Erweiterung Ihres geistigen Horizonts ist der Schlüssel. Später am Tag kann es geradezu verwirrend werden, wenn eine Merkur-Neptun-Opposition ins Spiel kommt. So sehr Sie auch gerne enthusiastisch sein möchten, Sie könnten am Ende unentschlossen sein. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, seien Sie besonders wachsam, was Kreditvergabe und Ausgaben betrifft. Neue Ideen können einfallsreich sein, erfordern aber mehr Liebe zum Detail, bevor Sie den Test bestehen. Es ist an der Zeit, Ihre Arbeit beim Umgang mit Fakten und Zahlen noch einmal zu überprüfen. Die Planeten am Himmel tanzen heute in einem süßen Muster. Unser Planet des Geistes, Merkur, und der Planet der Überraschung, Uranus, senden harmonische Strahlen hin und her. Dies stellt sicher, dass Sie neue Freunde finden oder sogar auf eine neue Liebe stoßen können, wenn Sie Single sind und Kontakte knüpfen möchten. Obwohl es offensichtlich Sommer ist, kann dies bei einer Veranstaltung oder einem Treffen sein. Es könnte jedoch auch irgendwo so einfach sein wie im Supermarkt. Diese neue Person, die Ihnen auffällt, ist vielleicht ein bisschen exzentrisch, aber von allen Sternzeichen mögen Sie jemanden mit etwas Flair. Wenn Sie über Ihr Wertesystem und Ihre finanziellen Wünsche sprechen, kann das zu positiven Veränderungen führen. Sprechen Sie offen über Ihre Wünsche, wenn Merkur in der Jungfrau Eintreigen zu Uranus im Stier bildet. Es könnte sich lohnen, über Ihre Werte zu sprechen, insbesondere wenn dies Ihre berufliche Laufbahn verändern könnte. Vielleicht schätzen Sie einen Job mit besseren Sozialleistungen oder einen Job, der den Lebensstil unterstützt, den Sie führen möchten. Was auch immer es sein mag, Sie werden vielleicht feststellen, dass das Sprechen über Ihre Wünsche Ihnen dabei helfen kann, diese in Ihrer beruflichen Laufbahn zu verwirklichen. Die Stimme Ihres Körpers neigt manchmal dazu, zu schweigen. Sie müssen sich also an einen Plan halten, der nicht mit jeder neuen Idee, die Ihnen in den Sinn kommt, schwankt. Wenn Sie sich selbst motivieren müssen, betrachten Sie Ihre Gesundheit als einen Job. Der erfolgreiche Kandidat wird dreimal pro Woche Aerobik machen, darauf achten, drei ausgebogene Mahlzeiten pro Tag zu sich zu nehmen, mit nur frischen Früchten oder Gemüse als Snacks zwischen den Mahlzeiten und den ganzen Tag über übermäßig viel Wasser trinken. Dieser Ansatz kann Ihnen helfen, konzentriert zu bleiben, wenn Ihr Geist benebelt ist. Sie neigen dazu, in Ihrem Leben die Richtung zu ändern und nach einer langen Zeit der Misserfolge und Schwierigkeiten ein neues Gleichgewicht zu finden. Mit Ihrer Familie und Ihren Freunden werden Sie sich am harmonischsten fühlen und alle werden Ihnen raten, an Ihrem Innenleben zu arbeiten, damit Sie am Ende des Tunnels ein Licht sehen können. Diese innere Suche mag langsam und mühsam sein, aber das ist der Preis, den Sie zahlen müssen, um wieder etwas Harmonie in Ihr Leben zu bringen, vor allem in Ihre Beziehungen. Alles wird Sie irritieren und Konflikte erzeugen. Wo ist Ihr legendärer Humor geblieben? Einen Tag nachdem Venus Ihren Kommunikationssektor verlassen hat, ist Ihre Mission, Ihrem Herzen und Ihren Beziehungen eine Stimme zu geben, in sicheren Händen, da die Sonne Ihren ersten vollen Tag hier beginnt. Mit Merkur, dem Planeten der Kommunikation, der in zwei Tagen zurückkehrt, wird die Unterstützung für Ihre Kommunikationsbemühungen nur noch zunehmen. Bis dahin hat Merkur in seinen letzten beiden Tagen in Ihrem Einkommenssektor viel zu erreichen, darunter vorteilhafte Interaktionen mit Uranus an der Karrierefront und Pluto in Bezug auf Arbeitsangelegenheiten, bevor er geht und Mitte der Woche alles zusammenbringt. Die Rückkehr der Sonne in ihren Kommunikationssektor, kurz bevor Venus gestern ging, war eine Chance, mühelos dort weiterzumachen, wo der Planet der Liebe aufgehört hat. Während die Sonne all ihre Kommunikation mit Solarenergie versorgt, haben die Wochen, in denen Venus ihrem Herzen und ihren Beziehungen eine Stimme gegeben hat, einen Weg geschaffen, dem sie folgen wird. Täglicher Planetenüberblick Die kosmische Energie des heutigen Tages bereitet die Bühne für unerwartete Enthüllungen und Durchbrüche in ihren Gesprächen. Mit Merkur in der analytischen Jungfrau im Treiden zu Uranus im Stier könnten Sie auf überraschende Informationen stoßen, die Ihre Perspektive verändern könnten. Es ist, als ob Ihnen das Universum die Gelegenheit gibt, etwas ans Licht zu bringen, das eine Zeit lang verborgen war. Ob Sie oder jemand anderes, es besteht ein starkes Verlangen, sich zu äußern und etwas mitzuteilen, das lange Zeit privat gehalten oder unterdrückt wurde. Waren Sie schon einmal in einem Gespräch, in dem jemand aus heiterem Himmel eine Wahrheitsbombe platzen lässt, die den Verlauf der Diskussion völlig verändert? Nun, heute könnte einer dieser Tage sein. Hier können wir eine wichtige Lektion über den Wert von Offenheit und Verletzlichkeit lernen. Manchmal halten wir Dinge zurück, weil wir nicht wissen, wie andere reagieren werden, aber heute stehen die Sterne so, dass sie ermutigt werden, sich zu öffnen. Dieses geheime oder unausgesprochene Gefühl, an dem Sie festgehalten haben? Dies könnte der perfekte Moment sein, es rauszulassen. Wenn Sie Ihre Gedanken teilen, kann das zu einer faszinierenden Entdeckung führen, nicht nur über die aktuelle Situation, sondern auch über Sie selbst und Ihre Beziehungen. Haben Sie schon einmal festgestellt, dass Sie jemandem näher gekommen sind, als Sie etwas geteilt haben, das Sie für unbedeutend hielten? Scheuen Sie sich nicht vor diesen unerwarteten Momenten. Welche Gespräche haben Sie in letzter Zeit vermieden, denen ein wenig Transparenz gut tun könnte? In Ihren Beziehungen stellen Sie möglicherweise fest, dass Ihre Erwartungen etwas hoch sind. Es ist wunderbar, Ambitionen zu haben, aber es ist auch wichtig, realistisch zu bleiben, insbesondere wenn es um die Menschen in Ihrem Leben geht. Wenn Sie feststellen, dass Sie zu viel von anderen erwarten oder sich Ziele setzen, die unerreichbar erscheinen, ist es jetzt an der Zeit, einen Schritt zurückzutreten und neu zu bewerten. Wie sieht für Sie Ausgeglichenheit in Ihren Beziehungen aus? Denken Sie daran, klare Kommunikation ist der Schlüssel. Wenn Sie Missverständnisse oder Spannungen vermeiden möchten, stellen Sie sicher, dass Ihre Pläne und Erwartungen bekannt sind. Wenn Sie Ihre Wünsche mit den Bedürfnissen der Menschen um Sie herum in Einklang bringen, werden Ihre Interaktionen harmonischer und erfüllender. Und wenn wir schon von Beziehungen sprechen, heute ist ein fantastischer Zeitpunkt für Verbindungen. Ihre entgegenkommende Art kommt zum Vorschein und andere fühlen sich von Ihrer lockeren und unterstützenden Energie angezogen. Sie sind besonders gut darin, Freunde oder Partner zu beruhigen, selbst wenn Sie angespannt oder gestresst sind. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie Ihre ruhige Energie helfen kann, eine angespannte Situation zu entschärfen? Ihre Fähigkeit, zuzuhören und Unterstützung anzubieten, wird Ihnen heute sehr helfen, aber achten Sie darauf, sich nicht zu überfordern. Es ist zwar toll, für andere da zu sein, aber zu viel, insbesondere körperliche Hilfe, kann später zu einem Burnout oder sogar zu Reue führen. Es geht darum, die Balance zwischen der Hilfe für andere und der Selbstfürsorge zu finden. Auf persönlicher Ebene fällt es Ihnen vielleicht schwer zu erklären, warum Sie sich heute so angespannt oder unruhig fühlen. Hatten Sie schon einmal dieses nervöse Gefühl, bei dem Sie wissen, dass etwas nicht stimmt, aber nicht genau sagen können, was? Das ist die Energie, die gerade um Sie herumwirbelt. Der Schlüssel ist, diese Gefühle nicht Ihre Beziehungen beeinträchtigen oder unnötige Spannungen erzeugen zu lassen. Vermeiden Sie voreilige Entscheidungen oder Handlungen aus Frustration. Nehmen Sie sich stattdessen einen Moment Zeit zum Atmen, konzentrieren Sie sich und überlegen Sie sorgfältig, was Sie tun müssen, um wieder Frieden in Ihr Umfeld zu bringen. Wie finden Sie Gleichgewicht und Ruhe, wenn das Leben chaotisch erscheint?